So, ich sag's euch, ich hab mal wieder den kompletten Vogel abgeschossen. Ich musste mir jetzt gerade ein Touristenvisum kaufen für 30 Tage. Das kostet 250 Euro. Das Ganze hat zwei Stunden lang gedauert. Und jetzt bin ich endlich auf dem Weg zum Taxi und dann zum Hotel. Und ich hoffe, dass mit dem Hotel-Check-In alles klappen wird. Und die nicht von mir irgendeine Visa-Karte oder irgendwas brauchen. Weil das wäre der nächste Film. Hallo. Hallo. Cool. Für mich gedacht. Ach, das ist die selbe Küche. Das ist krass. Alles für mich alleine. Wow. Ich werde hier voll die Homeworkouts abfilmen können. Mein Gott, krass. Cool. Mega, mega nice. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay. Sieht auch voll schön aus. Mega cool. Wow. Cool. Ich würde sagen, die Wettervoraussichten sind für morgen ganz, ganz okay, oder? So. Immer schön überall das Licht ausmachen. Wenn ich hier alleine schlafe, mache ich mal lieber hier im Zimmer auch. Die Tür zu. Und jetzt gehe ich schlafen. Guten Tag. Hüte, 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 Hüte. So, ich habe mich jetzt angezogen und gepackt und ich zeige euch jetzt kurz, was ich mitgenommen habe. Und zwar, ganz wichtig, hier einmal meine Black Roll. Ich habe mich eigentlich für einen Kunden mitgenommen. Ein Handtuch, ein Handtuch. Wasser. Was war hier irgendwie? Komm ich umsonst, wenn ich auch nicht so will. Und man ist so eine Karte. Und man braucht eigentlich nicht mehr. Okay, das geht jetzt. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some super human gas. Some super human gas. So, let it tell you. So, let it tell you. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ich glaube, ihr habt es gesehen. wurde gerade von einem Leibgater draußen, der die ganze Zeit auf die Frauen und Männer im Bikini aufpasst, auf aufmerksam gemacht, dass man hier nicht so trainieren darf. Ich habe mich jetzt mal umgezogen in ein längeres Oberteil, nicht mehr offen und fast nicht bauchfrei. Oh, I want something just like this Oh, I want something just like this Where you wanna go, how much you wanna risk I'm not looking for somebody with some superhuman gifts Some superhero, some fairytale bliss Just something I can turn to, somebody I can kiss I want something just like this Oh, I want something just like this Oh, I want something just like this Oh, I want something just like this Und jetzt! Jetzt ziehe ich mich um, der Akku ist eh fast leer und dann geht's ab. Hier ist auch alles mega sicher, weil hier alles Kamera überwacht ist alles. So, ich nehme euch jetzt mit und zwar gehen wir brunchen. Jetzt mal gespannt wie das wird. Daifels, Dubai! Big workout! Wow! 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 Das ist so schön! Die Atmosphäre ist der Wahnsinn! Die Farben wunderschön! Ich bin gespannt was da noch kommt wenn wir nachher darüber gehen. Also hier gibt's echt wirklich alles. Baked Potatoes, Cornbread, Würstchenfleisch ist natürlich wie immer normal. Hier alle möglichen Suppen. Hier ganz normaler Reis, Chicken Masala, okay auch nichts für mich. Thai Vegetable Green Curry, okay das hört sich geil an. Keine Ahnung, das ist Toast, frittiertes, Kopusnüsse. Okay das hier sieht geil aus, das ist echt auch schön angerichtet. Das ist thailändisch. Das sieht mega lecker aus. Avocado Toast mit Ei drauf, lecker. Das ist so geil. So einmal haben wir hier den Quinoa Salat. Super. Und danach die Vegan Buddha Balls damit. Und Edamame. Okay, das erste Essen ist da. Ich muss den Menü aus, mehr Platz. Yes. Dressing, ja? Bitte, bitte, es ist okay. Das ist so geil. Das ist so geil. Das sieht so geil aus. Und von oben. Das ist so geil. Eine Weite. Und da eine Zauber. Das ist so nett. Das ist so geil. Schau mal. Das ist so geil. Eigentlich träume ich die meisten Kunden hier im Gym, aber heute können wir mal zusammenpacken. Schaut mal wie geil es hier ist mit der Aussicht zu joggen. Die Aussicht der Schiffe. So cool. Grüße nach Deutschland. Mega wahnsinnig Aussicht. Geil mit dem Saxifon. High five. Finish. 100 Meter. Come on. Come on. Come on. Yes. Ja, schwächelst du oder was? Yes. Ja, aber das...